Was der DAX da aktuell macht, ist tatsächlich nicht mehr im Sinne der Bullen, zumindest mal nicht auf dem direkten Weg. Tatsächlich etwas, was wir eigentlich nicht so gerne gesehen hätten aus bullischer Sicht, denn wir haben eine deutliche Überschneidung. Und das sogar nicht nur korrektiv, sondern in einer schnellen Bewegung und das ist genau nicht das, was wir gerne hätten. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, ich mache mal das 4-Stunden-Bild ein bisschen größer. Wir hatten einen wunderschönen Anstieg, wir hatten eine Pause, eine wohlverdiente. Und wir hätten uns so erhofft, dass es weitermarschiert, gerne auch eine korrektive Pause macht und entsprechend weitermarschiert. Das wäre das optimale Bild gewesen. Aber es deutete sich gestern ja schon ein bisschen an mit der Bewegung, die wir hier haben. Nicht alleine die Größe. Die Größe hätte ich noch okay gefunden, wenn sie korrektiv gelaufen wäre. Aber das ist sie nicht. Sie ist tatsächlich gestern sehr steil runtergekommen. Und der DAX hat gesagt, jetzt sind wir in Fahrt, jetzt machen wir das mal weiter. Hier unten war die Eröffnung. Jetzt kommt er so ein bisschen wieder hoch. Das gucken wir uns gleich im Nachkampf-Chart nochmal an. Aber damit ist das, was wir hier haben, in dem großartigen Verdacht, nicht mehr die korrekturtypische Korrekturbewegung zu sein, sondern eine neue Abwärtsbewegung. Wir sind überschneidend mit dieser Korrekturzone. Damit wäre der Anstieg, den wir hier haben, von da, so und da und damit dreiwellig. Und damit die besten Chancen, dass es seitdem noch weiter nach unten geht. Und wenn ihr sagt, kann ich mir gar nicht vorstellen, dann zeige ich euch mal ein anderes Beispiel. Schaut mal diesen deutlichen Anstieg. Schaut mal diese Korrektur hier an. Schaut mal diese Bewegung an. Und danach die Abwärtsbewegung von mir aus bis ungefähr da oder heutiger Tag quasi bis da in etwa. Und das ist in etwa das, was wir hier haben. Nur, dass es in einer Größenordnung jetzt ein bisschen spielt. Aber ihr seht, das ist das. Und die Erwartungshaltung ist, es geht noch weiter runter. Eigentlich in diesem Bereich, es kann ein bisschen mehr sein, es kann ein bisschen weniger sein. In diesem Fall war es ein bisschen mehr, weil ihr seht, das Tief war nochmal deutlich unter diesem Tief. Wenn ich das jetzt mal übertrage, diese Sichtweise, dann hätten wir jetzt hier quasi diesen Dreiweller. Und meine Erwartungshaltung wäre, dass wir irgendwo in diesem Bereich der gestrichelten Linie ankommen. Bitte nicht jetzt millimetergenau. Die Linie ist etwa das Tief, was wir hatten am 7. Juli da bei der DAX in etwa bei 4.450, ja genau, das wäre es noch gewesen, bei 15.450 in etwa. Das heißt, meine Erwartungshaltung ist, wir müssen damit rechnen, dass wir jetzt etwas Ähnliches bekommen, wie wir damals bekommen haben, diese Bewegung. Also es ist ein sehr ähnlicher Verlauf. Dadurch, dass das dreiwellig nach oben ist, also nach oben fand ich super, aber ich brauche fünfwellig, von mir aus auch einwellig, wenn ich nicht unterscheiden kann, wie viele Unterwellen es gibt. Hier zum Beispiel, da konnten wir keine Unterwellen feststellen, hier, ja gut, dann ist es halt, das ist in Ordnung. Aber das, was wir jetzt haben, ist eben nicht in Ordnung. Und das hat die Tür aufgemacht in Richtung 15.000, sagen wir 450. Das ist ungefähr die Zone von mir aus 15.600, von mir aus auch 15.300, irgendwie so ganz grob in diesem Bereich. Da müssen wir damit rechnen, dass der Kurs jetzt nun mal nochmal landet. Und das muss nicht auf dem direkten Weg sein, da werde ich gleich nochmal zwei Varianten aufzeigen. Aber das zeichnete sich gestern ab, weil das nicht korrektiv war. Gestern hatten wir aber noch keine Überschneidung mit dieser Korrektur, mit dem höchsten Punkt, ja, aber nicht mit dem Anfangspunkt. Aber heute mit dem Gap, ja, definitiv, was soll man sagen. Und damit ist der erste Gang nach oben, dass wir direkt nach oben gehen, vorläufig vom Tisch. Viele glauben, dass man mit Schartechnik die Zukunft vorhersehen kann. Die Zukunft kann man natürlich nicht vorhersehen. Es kann zu jeder Zeit immer alles passieren. Ja, wofür taugt die Schartechnik dann, wenn sowieso alles passieren kann? Sie taugt dafür, damit wir genau diese Missverhältnisse der Bewegung sichtbar machen können und sagen können, ja, vorsichtig, das typische bullische Bild ist das aktuell nicht. Um wirklich wieder bullisch wirken zu wollen, müsste der Markt einen möglichst langen Anstieg wieder schaffen und nur korrektiv nach unten. Denn wenn dann quasi diese Bewegung sich hinten nochmal fortsetzt, dann wäre die in dem Fall sogar über diesen Punkt. Und dann könnte man sagen, okay, vielleicht ist das noch eine Seitwärtskorrektur und es geht anschließend weiter nach oben. Das will ich jetzt nicht im allen Detail hier durchkauen. Das wäre in diesem Video jetzt zu kurz, also zu lang für dieses kurze Video. Es sieht nicht nach einer Seitwärtsbewegung aus. Der Grund ist, dass, wenn ich das hier als ersten Teil annehme, dieses Überschießen zu hoch ist. Die Verhältnismäßigkeiten passen nicht, um statistisch wirklich zu sagen, ja, ja, das kann durchaus sowas in der Richtung sein. Nein, im Gegenteil. Ich muss ganz klar sagen, es sieht nicht nach einer Seitwärtskorrektur aus. Das heißt, so traurig das ist, dieses hier ist nicht meine Haupterwartung. Ich will nicht sagen, nee, das kann überhaupt nicht passieren. Aber wir müssen damit rechnen, dass es eben nicht dieses Bild ist, sondern dass der Kurs tatsächlich jetzt eher in der Richtung ist, hier nach unten abzutauchen. Also hier neue Tiefs oder zumindest mal dieses alte Tief. Sagen wir so, er muss nicht ein tieferes Tief unbedingt haben, aber zumindest mal in diesen Bereich da nochmal reinlaufen. Sehr realistisch, sehr wahrscheinlich. So, nehmen wir das nochmal kurz raus hier. Wenn das also jetzt nicht so das wahrscheinliche Bild ist, wie erwartest du, dass die Richtung darunter geht, wäre jetzt eine typische Frage. Und da gibt es zwei Varianten, die ich klassisch finde. Variante 1 ist, wir sind hier im Prinzip in einer ABC-Flat-Bewegung. Also eigentlich das Gleiche, was wir ja schon mal hatten, eben nur nochmal um 1 ausgeweitet. Immer noch eine Seitwärtsbewegung. Dann wäre hier hinten ein Impuls nach unten relativ typisch. Wenn ihr sagt, habe ich noch nie gesehen, möglicherweise das, was wir hier haben. Ja, auch hier hatten wir quasi so eine Seitwärtskorrektur. Ihr seht aber, das darf sogar tiefer gehen. Oje, oje, das wollen wir gar nicht mal erhoffen. Aber bis dahin wäre erstmal alles in Ordnung. Richtig kritisch werde ich, wenn wir auf 15.100 zurückgehen und das unterschreiten. Das hatte ich gesagt, dann sind wir nämlich in dieser Größenordnung. Dann sind wir überschneidend. Dann bin ich mir ziemlich sicher, sehen wir auf 14.000 oder vielleicht sogar die 13.000 irgendwas hier nochmal. Solange wir oberhalb dieser Marke sind, ist noch alles in Ordnung. Also, falls ihr diese Größenordnung mögt. Wenn ihr sagt, das ist mir auch schon zu viel. Dann ist eigentlich die Zeit langsam, aber sicher die Stops enger zu machen. Theoretisch schon vorher. Wir hatten ja gestern schon drüber gesprochen. Also, ihr müsst damit rechnen, weil es so scharf nach unten gegangen ist, dass es noch mehr wird. Und das zeichnet sich jetzt entsprechend ab. Die zweite Variante, die ist so ein bisschen versteckt in dem, was wir hier hatten. Denn da sind wir hier erstmal hoch und dann sind wir hier entsprechend runter. Zusammenhängend müsste ich das eigentlich so zeichnen. Wir haben eine A, eine B und nochmal eine C, die ebenfalls dreiwellig ist. Das ist auch eine Seitwärtskorrektur, ist aber in dem Fall dann eine Double Sideways. Das muss man nicht auswendig kennen, aber für die Profis, die das schick finden, zu wissen. Die endet nicht mit einem Impuls runter, sondern die endet mit einem A, B, C runter. Das wäre im Prinzip diese Variante, die wir hier hatten. Das heißt, wir haben hier jetzt Zusammenhängen quasi A, B und dann C. Wobei entweder hinten in einem Rutsch jetzt runter geht oder mit dem Umweg A, B, C. Das wird sich jetzt in den nächsten Stunden abzeichnen, welches wir bekommen. Das heißt, wir können das aber nutzen. Zumindest mal. Also wenn ihr jetzt natürlich in einem mehr oder weniger runterfällt, dann kann man da nicht mehr viel nutzen. Aber wenn ihr in den nächsten Stunden korrektiv hier nach oben kommt, höchster Punkt, tiefster Punkt gezeichnet. Wir wissen, so ein Rücksetzer hier in diesem Bereich wäre dann typisch. Dann hätten wir ein klassisches Bild und ein Short Entry hier mit realistischen Chancen, dass es dann eben nochmal weiter nach unten geht. Das wäre etwas, mit dem man durchaus rechnen kann, aber nicht zwingend passieren muss. Es ist möglich, dass wir hier mehr oder weniger auf dem direkten Weg da eben runterlaufen. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, ob es diese Variante wird oder diese oder die vielleicht noch positivste, dass wir sogar direkt hochgehen und wackelig. Das weiß ich nicht, aber die kann ich leicht voneinander unterscheiden. Das ist ein klares Bullisches, das ist ein klares Bärisches und das ist sowieso ein Bärisches Verhalten. So, ihr seid jetzt gefragt zu überlegen, wie ihr mit den Stops umgeht. Wir sind schon bei ein paar Positionen raus, zum Beispiel Deutsche Bank. Haben wir den Stop hinterher gezogen, weil wir gesagt haben, wenn es läuft, ist super, wenn es nicht läuft, dann halt nicht. Der Markt hat sich für nicht entschieden, also haben wir da unsere Gewinnmitnahme schon leider nicht im Ziel. Das wäre natürlich schön gewesen, aber trotzdem schon mal ordentliche Gewinne mitgenommen oder zumindest ein bisschen Gewinne mitgenommen. So, also insofern, das ist die enge Variante. Die andere ist, naja, wir müssen den Stop unter diese Marke legen, also vielleicht unter 15.100 in etwa. Denn Rücksetzer bis in diesen Bereich würden immer noch ermöglichen, dass es als ABC-Korrektur anschließend weiter nach oben geht. Also, das wäre nicht unmöglich, nicht unrealistisch, dass das Ganze passiert. Ja, nicht so ganz so tolle Aussichten beim DAX aktuell, aber im großen Bild ist noch nichts Schlimmes kaputt gegangen. Aber wir müssen zumindest jetzt wieder mit etwas tieferen Bewegungen rechnen. Plant das bei euren Überlegungen ein. Das Ganze löst sich in Wohlgefallen auf, wenn wir stattdessen einen Schub nach oben bekommen und korrekt tief. Und dieser Schub nach oben so lang ist, dass die Projektion quasi uns sagt, naja, wir liegen irgendwo da oben dann. Was nicht gut wäre, also nicht ausreichend wäre, was auch gut handelbar ist, aber dann eben auf einer kleineren Zeitebene ist, wenn wir hier nur im Kleinen einen Schub hochkriegen und eine kleine Korrektur. Auch dann gilt natürlich die Regel vorne und hinten nochmal. Aber dann wären wir ja genau in dem Korrekturbereich und würden uns nochmal vorbereiten müssen auf eine mögliche Short-Fortsetzung hier für diesen Fall. Also es bietet sich da vielleicht was an, wenn wir mal ganz kurz Intraday gucken, eventuell sogar aktuell hier aus diesem Geschehen, aktuell Schub hoch, A, B, C, ist gar nicht so abwegig, böte dann hier entsprechend die Long-Variante nochmal. Merkt euch das mal vor. Also DAX ist vielleicht da, was das angeht, nochmal interessant, weil der Anstieg ganz gut ist. Eine A, B, C runter wäre dann ein Einstieg für die Long-Seite, also zumindest mal für die 1 zu 1 Projektion. Und dieses kleinen Teils, den wir hier haben, das wäre durchaus machbar. Aber da fehlt ja noch was, nämlich A, B, C sozusagen, damit wir dann diesen Punkt haben und dann diese 1 zu 1 Projektion dann entsprechend davor nehmen können. Wie sieht es bei den Amerikanern aus? Längst nicht so schlimm. Allerdings auch hier gilt natürlich, wir müssen damit rechnen, dass der Rücksetzer nochmal kommt. Und beim Dow Jones ist es immer noch die Möglichkeit, mindestens mal in diesen Bereich hier unten reinzukommen. Das wäre sozusagen so eine Mindestidee mit einer Chance, dass hier wieder gedreht wird. Also vorläufig zumindest mal eine realistische Chance, dass das passiert. Auf dieser Zeitebene würde ich also Long frühestens in diesem Bereich, spätestens in diesem Bereich in etwa anstreben. Wer es nicht mehr genau weiß, das sind die Juni-Zwischenhochs. Also eins von diesen Bereichen. Da würde ich mal gucken, ob ich irgendwas bekomme. Jetzt ganz aktuell haben wir vielleicht für die Nachmittagshelden eine Chance, dass man das hier noch nutzen kann, wenn der Kurs da drüber geht. Ich weiß nicht, wie schnell ihr das Video sehen könnt. Das wäre denkbar. Aber vorsichtig, Einstieg wäre dann erst hier. Nicht sagen, und dann gehe ich hier schon mal rein. Das gefällt mir noch nicht gut genug, um sagen zu können schon, und dann gehe ich da schon rein. Aber wenn er hier drüber geht, dann würde ich vermuten mal zumindest, dass er diesen Teil hier hinten nochmal macht. Weil es eben Klassiker ist mit Chancen, dass es eben vielleicht nochmal ein bisschen mehr wird. Und wem das so klein ist, keine Sorge, dann achtet mal auf den Bereich 35.250 in etwa. Das wäre so das nächste, so die etwa, die Tiefzone. Einfach hier so eine A, B, C runter. Die nächste in etwa im Umfeld des Junihochs hier von Mitte Juni war das bei ungefähr 34.900 beim Future jetzt gesehen. Beim S&P ist es so, ist das Bild quasi ähnlich. Ich habe hier sogar nochmal so etwas Übergeordnetes drin. Da liegt die Marke nach wie vor bei 4.500. Darüber haben wir ganz häufig schon gesprochen. Wenn wir jetzt hier im Nahkampfbereich bei 4.540 in etwa, also in dieser Box, das ist so ein bisschen, ihr könnt das sehen, 1, 2, 3. Die gelbe Linie ist gleiche Größe vorne wie gleiche Größe hinten. Die blaue ist eine Extension auf diese Gegenbewegung. Die rote ist eine Fibonacci Retracement-Marke, zumindest mal des letzten Anstiegs. Also wenn der Markt irgendwo in diesem Umfeld tatsächlich anfängt, ein Umkehrzeichen zu machen, super, da bin ich voll mit dabei, bin ich zufrieden, schimpfe ich nicht. Aber vorläufig müssen wir eben da mit der Abwärtsrichtung rechnen. Abgesehen davon haben wir noch den Nasdaq. Ebenfalls gilt es hier Zielzone, ist nach wie vor die, die wir seit Tagen hier eben schon drin haben. Wir hatten ja eigentlich schon gesagt, vielleicht schafft das ja so, aber gestern zeichnete sich schon ab. Das ist eine starke Richtung, das ist eine klar korrektive Richtung. Vielleicht erinnert ihr euch noch, was wir gestern gesagt haben. Ich finde Long doof. Es zeichnet sich nicht, wenn der Markt so hoch wackelt. Das ist doch nicht, dass die Leute sagen, geil, ich kaufe jetzt. Egal welcher Preis, ich will das Ding haben. Das ist ein typisch korrektives Zeichen mit Erwartungshaltung runter. Ich persönlich gehe ungern hier unten Short mit ungefähr dem gleichen wie das Tief hier. Das gibt keine guten Chancen-Risikoverhältnisse, deshalb bin ich da zurückgehalten. Typischerweise hätte ich normalerweise, wenn das in etwa so ausgesehen hätte, euch gesagt, Mensch, da könnte man Short gehen. Aber dann hättet ihr viel Gewinn und wenig Risiko. Hier habt ihr jetzt relativ viel Risiko bei übersichtlicher Gewinnweite in etwa. Denn es muss nicht so tief gehen, aber es dürfte so tief gehen. Die 15.000, 14.800 wäre in Ordnung. Das wäre noch kein Drama. Das wäre im Prinzip nur die letzte Korrektur, die wir hier haben, quasi nochmal abgebildet. Hier in etwa, ich mache mal die Größe. Das wäre das Pandor. Einfach im Sinne, das große Korrektur, das kleine Korrektur, kleine Korrektur, jetzt wieder die große Korrektur. Also das wäre überhaupt nichts Schlimmes für die bullische Seite. Halt nur im Moment abzuwarten. Wen das stört, vorher die Position schließen. Wen das nicht stört, dann natürlich seine Stops hier unten drunter setzen, damit ihr dann das überlebt und nachher sagen könnt, cool, hat ja wieder gedreht, passt wieder. Also es ist noch kein Weltuntergang, noch kein Untergang der Märkte. Der DAX allerdings muss wahrscheinlich einen Umweg mehr mit einkalkulieren. Das würde aber gar nicht so unpassend sein zu dem, was wir bei den amerikanischen Märkten erwarten. Insofern seid ein bisschen vorsichtig. Überlegt euch, ob ihr diesen großen Stopp aushalten wollt, könnt, dürft, oder ob ihr nicht spätestens, also jetzt so langsam, aber wirklich dann sagt, okay, dann gehe ich da vorsichtshalber lieber raus. Nicht mit dem Wissen, er kann nicht tiefer, sondern mit der Erwartungshaltung. Wahrscheinlich wird er es nochmal. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.